Hi Leute, ich bin's Albert von Windows Area.de und das ist unser kurzes Review der Amazfit GTR. Wir klären hier alle wichtigen Fragen zur Smartwatch und verraten euch, ob sie dem aktuellen Hype gerecht wird. Die Amazfit GTR ist wohl eines der wichtigsten Produkte des chinesischen Herstellers Huami. Es ist eine Smartwatch mit einem hochauflösenden 1,39 Zoll AMOLED Display, ganz minimaler Hardware, weswegen es auch mit einem eigenen System läuft und eben einer angeblichen Akkulaufzeit von bis zu 24 Tagen. Der geringe Arbeitsspeicher von 16 und der interne Speicher von nur 40 MB sind bereits ein klares Indiz dafür, dass wir es mit einem ganz simplen Produkt zu tun haben. Trotzdem weist die Amazfit GTR ein durchaus umfangreiches Betriebssystem auf. Es gibt eine solide Auswahl an Menü-Elementen, die sich in der Amazfit App auch einordnen und verstecken lassen. Außerdem hat sie sehr viele Funktionen zum Tracken von Sportarten, zum Steuern der Musik, Anzeigen des Wetters sowie von Benachrichtigungen. Daneben gibt es noch einen Wecker, Timer und eine Ortungsfunktion für das eigene Smartphone. Mehr braucht man eigentlich auch nicht. Die grundlegenden Smartwatch-Features werden also damit abgedeckt. Praktisch ist die Anzeige von Benachrichtigungen am Handgelenk auf jeden Fall, wenn es auch im Gegensatz zu Android Wear-basierten Uhren keine Möglichkeit gibt, auf diese irgendwie zu reagieren. Apps könnt ihr auf der Amazfit auch nicht installieren. Das, was die Smartwatch an Systemfunktionen bietet, damit müsst ihr euch eben abfinden. Wenig ist das glücklicherweise nicht. Lautsprecher und Mikrofon gibt es aber keine, sodass ihr nicht wie Inspector Gadget eure Telefonate am Handgelenk führen könnt. Dafür gibt es aber GPS, was für einen Preis von unter 150 Euro sehr überraschend ist. Selbst die Fitbit Versa kann eure Laufstrecke nicht eigenständig messen. Ihr könnt somit Laufrouten ohne Smartphone aufzeichnen und generell bietet die Amazfit GTR eine überraschend große Auswahl an Sportarten zum Tracken. Ob das nun Joggen, Outdoor laufen, Klettern, Schwimmen oder einfaches Training zu Hause ist. Die Herzfrequenzmessung empfand ich als ausreichend präzise und auch GPS machte in meinem Test keine Probleme. Auch sportliche Aktivitäten kann man damit ganz gut verfolgen und den Status währenddessen anzeigen lassen. Man merkt schon, dass sich Huami echt große Mühe gegeben hat und einige Überlegungen in das Interface eingesteckt hat. Für den Profisportler oder Bodybuilder, wie ich es ja ganz offensichtlich einer bin, ist das Tracking wahrscheinlich nicht ganz gut genug. Und die Statistiken sind deutlich weniger umfangreich als bei Fitbit oder Garmin. Wer sich aber weniger damit beschäftigt, nur freizeitmäßig Sport macht oder schon nach drei Bizeps Curls erstmal eine Instagram-Selfie-Pause macht, der bekommt hier definitiv mehr als genug Features. Die App von Amazfit könnte insgesamt besser sein. Sie zeigt euch den Schlaf, eure letzten Aktivitäten und den aktuellen Puls an. Für mehr Infos müsst ihr euch jeweils in die einzelnen Optionen reinklicken, um zum Beispiel Verläufe zu sehen. Wirklich einen hohen Wert bietet die App aber ehrlich gesagt nicht. Da finde ich die Anwendung von Fitbit zum Beispiel wesentlich besser. Zugegeben, ich schaue da auch ganz selten rein. Und wenn, dann nur um die Einstellungen zu ändern. Die Synchronisation von Änderungen funktioniert unglaublich flott und die Watch-Faces werden auch recht schnell installiert. Die Auswahl an Ziffernblättern ist jetzt nicht gigantisch und viele davon treffen absolut nicht meinen Geschmack. Aber ich denke, es dürfte für jeden etwas dabei sein. Die Uhr selbst wird mit einem magnetischen Ladegerät sowie einem Standard 14mm Uhrenband aus Leder geliefert, welches das schlichte, vergleichsweise dünne und hochwertige Design der Smartwatch abrundet. Im Vergleich zu einer Fitbit mag sie vielleicht etwas dick und klobig erscheinen, aber für eine Herrenuhr ist sie durchaus noch schlicht und elegant. Die Aluminium-Version ist hochwertig verarbeitet und wirkt auf mich sehr solide. Das 1,39 Zoll große Display ist auch im Vergleich zur Konkurrenz sehr hochauflösend, bietet eine schöne Farbdarstellung und gute Schwarzwerte. Die Helligkeit kann automatisch geregelt werden und diese reicht auch für die Nutzung im direkten Sonnenlicht aus. So weit, so gut also. Aber was ist mit der Akkulaufzeit? Nun, der Hersteller Huami verspricht ja stolze 24 Tage bei normaler Nutzung. Und diese Zeit schafft die auch. Ich habe es selbst nicht geglaubt, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Obwohl sie relativ viele Funktionen hat, Benachrichtigungen und Anrufe anzeigt, euer Handy orten und die Musik steuern kann, schafft sie diese sensationelle Laufzeit von locker drei Wochen. Eine Ausnahme gibt es, wenn ihr das Always-On-Display nutzt, welches aber nicht besonders schön ist, muss ich sagen, und welches sich auch nicht ändern lässt, kommt ihr nur auf eine Laufzeit von etwa fünf Tagen. Aber sonst sind drei Wochen locker drin. Die Amazfit GTA ist also eine nicht besonders kluge Smartwatch. Den beeindruckenden Funktionsumfang einer Apple Watch kann sie nicht im Ansatz replizieren, noch kann sie mit einer Samsung Galaxy Watch bei Features wirklich mithalten. Selbst eine moderne Fitbit hat Apps und auf all das muss man bei der Amazfit verzichten. Aber sie bietet ein mindestens genauso schönes Design wie die Samsung Uhren, gutes Herzfrequenz-Tracking, alle notwendigen und grundlegenden Smartwatch-Features für die meisten Nutzer und eine bombastische Akkulaufzeit. Wer nicht mehr braucht als diese Funktion, welche es eben hier gibt und dazu zählen echt viele Nutzer, bekommt eine schöne, tolle Smartwatch für den Alltag, die man auch nicht allzu häufig aufladen muss. So, das war es dann auch schon von meinem Review der Amazfit GTR. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist, aber wenn doch, dann lasst uns doch einen Daumen rauf da und abonniert unseren Kanal. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zusehen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.